Leute, herzlich willkommen zurück zu South Park, die rektakuläre Zerreise. Jo, ähm, ja, das war, äh, wir sollen jetzt, jetzt doch ein Jimmys Zimmer, ich dachte, wir sollen hoch. Okay, äh, jetzt erst mal gucken, wo nochmal sein Zimmer war. Da, rot. Okay, geradeaus, ganze Zeit. Hier. Magst du das nicht? Nein? Da. Ja, bitte schön. Tschüss. Ja, scheiße, ich dachte, kann den Stock nehmen. Hi. Ja, ne? Äh, wie kann man? Ja, einfach rennen. So. Du kannst mich, Max, so langsam wirst du eine richtig große Nummer neuer. Lust auf ein Selfie? Aber selbstverständlich. So, Jennifer. So. Danke, ich bin jetzt ein Fan. Sehr schön. Oh, ich schnapp mir jetzt ein paar Viertklässler. Nö, tschüss. So, okay, äh, ein blaues, rotes. Ein rotes Zimmer. Wollen wir mal. Okay. Übereinstimmung. Umwerfen. Ja. Ah, okay. Diabetes-Schmetterschlag. Gut. Tschüss. Eigentlich wollte ich nur gucken, was das ist. Wo geht's denn hier lang? Hä? Kann hier hintergehen und dann? Aha. Gibt's irgendwas? Kostüm und Kostüm. Sturmanzug. Sehr cool. Artefakt wäre kleiner, aber ist auch akzeptabel. So. War das schon mies? Jo. Jimmy. Oh, du bist's wieder. Was geht, Held? Fotz mir bloß nicht ins Gesicht oder so. Hey, Blitzfreak, einer deiner Superkumpel ist hier. Oh, hey, der Kuhn hat gesagt, du sollst die Zeugin befragen. Also los, mach dein Ding. Nur zu, frag sie, was du willst. Oh, sehr schlau. Die Schweigebehandlung kann einen Zeugen echt nervös machen. Okay, ich weiß, dass ihr meine Hilfe braucht, aber ich rede erst, wenn ich meine Medizin habe. Deine Medizin? Ja, ich kann ohne meine Medizin nicht klar denken. Du musst den Shit für mich abholen, okay? Bis ihr mir meine Kackmedizin besorgt habt, erzähle ich euch Zwergen einen Scheißdreck. Tja, also gut. Sieht aus, als hättest du noch mehr arbeiten. Aber bevor du losziehst, zeige ich dir was, was dir bei der Verbrecherjagd hilft. Oben in meinem Zimmer, schnell. Okay, es ist Zeit, deine Superkräfte aufzurüsten. Stell dich in den DNA-Fibrillator. Ja, und jetzt? Tu ich doch. Hä? Gut, Wunderarsch. Ich erklär dir alles. Hohe Schmerzgrenze-DNA, Mutantenstärke-DNA, übermenschliche Treffgenauigkeit-DNA. Siehst du den Helden-DNS-Flop, den ich dir freigemacht habe? Was du da reinschreibst, wirkt sich stark auf deine Kampfstelle... K-K-K-K-K-Effektivität aus. Wähl etwas, das gut zu deinen Kräften passt. Ein Schadensverstärker kann auch weniger Gesundheit bedeuten. Und umgekehrt, so wie Steroide deine Eier schrumpfen, angeblich. Okay, das gar nicht. Okay. Am besten ist das, ne, für uns. Oh, Minus, Minus. Wollen wir das nehmen? Nein. Wir nehmen einfach... Ach doch, Gesundheit, Minus, aber Attacke. Also Hirn plus... Ah, Gesundheit. Ah, aber zwei Bewegungen. Das, zwei Bewegungen, plus 20, muss gehen, also schon mal gar nicht. Oh, Minus 25. Ach. Das ist eine Spritze, verbessert deine Handaugen. Jetzt ist die Frage. Plus 30 Gehirn, zwei... Ah, ich weiß nicht, wie sehr... ...hörn wichtig ist. Hm. Ich nehm, glaube ich, das, weil da haben wir wenigstens kein Minus. Na, nehm ich das. Jetzt weißt du, wie sich wahre Macht anfühlt. Verdammt geile Scheife. Alles klar, hast du's kapiert? Dann geh da raus und tritt ein paar Leuten in den... ...Aarsch. Kann ich jetzt den A sammeln noch, was dazu? Das wäre Knorke. Okay, wen sollen wir verprügeln? Hi. Ne, 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 ne. Tschüss. Jetzt muss ich sie wohin. Ich glaube, zur Apotheke oder irgendwie sowas ähnliches. Wer das stärker... ...äh... ...geht so... ...Milis 5 White Chicken. Wo ist er? Da oben. Das heißt, ich muss so... ...Buss und dann nachlängst. Okay. Ah, lala. Hab gerade was... ...etwas Neues, den es ausgerufen. Hier spricht Humankeit. Weißt du noch das Problem, bei dem du mir geholfen hast? Es ist wieder da. Komm bitte sofort zu meinem Haus, ja? Noll. Im... ...100... ...äh... ...äh... ...nein. Wo war das jetzt? Hey, wo ein Arsch. Ja. Bin hier... Ach, ein weiter. Okay. Wo denn? Hä? Äh... ...ja, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Ähm. Entschuldige, aber... ...ja, ihr könnt ja gar nichts. Wie zu stark wie euch. Ja. Hm. Alles okay bei dir, Schätzchen? Aber hallo. Ich vermöbel dich wie meine Mama, meinen Daddy, Schnuck. Ich muss mein Make-up checken. Okay. Au. Meine Body-Lotion riecht nach Erdbeeren und du jetzt auch, Schnucki. Hm. Egal. So, bitteschön. Danach halte ich mich doch. Aua. Du hast morgen wahrscheinlich ein blaues Auge, aber mach einfach passenden Lidschatten auf das andere. Nee, will ich ja nicht. Du bist aus der Friendzone geflogen. Was? Oh mein Gott, das wird so ein Spaß. Hm. Pass auf, wenn ich Ultimate hab, ne? Okay, ähm. Verfett, ne, lululul. Stell beim Gewinn, die eine kleine. Stell beim Gewinn, die eine mittlere. Dabei. All deine Verbündeten. Heute gibt's ein Hot-Wing-Special. Wenn du zwei von davon isst, musst du noch ein dritter Essen. Sonst zahlst du das Doppelte. 200. Jetzt sind sie wieder dran, ne? Ja. Okay. Aber in ein besser... Hey. Hm. Was darf's denn sein? Äh. Keine Ahnung. Ich glaub, ich verbrenne erst mal die da rechts, oder? Hm. Oder? Ja. Dann sind die schon mal weg. So. Ja, jetzt greift mich an Ultima... Du kriegst so einen ultimativen Angriff, ihr beiden. Alles in Ordnung? Super! Ja! Ja. Okay, jetzt muss ich gucken, wie ich... Perfekt. Ja, bitte schön. Hier kriegt ihr euer Make-up. Aber... ...den Lichtschatten... ...kriegt ihr wahrscheinlich dazu. Und hört auf mich an zu greifen, das ist unfair. Einer von hinten, einer von vorne, ey. Hier spürt meine ultimative Kraft. Na, was wollt ihr machen? So. Sehr schön, oder? Ich werde töten für meine Axt! Okay. Tschüss. Oh mein Gott, ich hasse das! Oh, die können nichts machen. Ich hab es so satt, ständig zu füren! Als wäre ich auf Vibrieren gestellt! Die ist so geil, die ultimative Angriff. Perfekt. So, hier. Tschüss! Wer hat hier eine Tracht Prügel bestellt? Ah, ja, 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 das ist knapp. Bis jetzt. Ah, das ist gut. Warte mal. Perfekt. Hier. Tschüss! Ja, haut ab! Ich will euch nie wiedersehen. Du hast dich mit den falschen Bitches angelegt. Du denkst echt, du bist ein harter Hund. Zeit, dir jemanden vorzustellen. Sag hallo, Rebecca. Dich hau ich klein und stopf dich mir in den Arsch! We'll becker. Äh. Hier stopf gleich jemand an einen dunklen, stinkenden Ort. Äh. So. Ich hoffe, das bringt was. Du hast dich mit den falschen Raisins angelegt. Schnappt sie euch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Mein Instagram-Foto vom Ballettkurs hat tausend Dislikes bekommen. Ich werd voll getrollt! Was du? Heather! Warum hast du getweetet, dass ich mit Eric Cartman ausgehe? Hab ich nicht! Mann, jetzt werde ich auch noch voll getrollt! So eine Scheiße! Meine ganzen Follower sind futsch! Ich muss sofort am Computer! So eine Scheiß-Scheiße! Hallo Neues! Keine Sorge, ich kündige alle ihre Instagram-Freundschaften. Die sind wir erstmal los. Vorsicht beim Superheld-Spielen! Da kann man sich ne Menge Feinde machen. Manche Jungs glauben, Mädchen sind keine guten Superhelden. Naja, du weißt ja, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Haben dich deswegen deine Eltern versteckt? Weil dein Geschlecht in keine Norm passt? Du hütest deine Geheimnisse, hm? Okay, hör zu! Du hast ein Riesenproblem. Was du gestern getan hast, hat Aufmerksamkeit erregt. Bei fiesen Typen. Es gibt einen Gangster-Boss, der hier in South Park das Sagen hat und der will sich zum Bürgermeister wählen lassen. Deine Aktion gestern hat ihn aufgeschreckt. Ich checke ständig Instagram und Facebook und gleiche alles mit Tumblr ab. Und ich habe Twitter und LinkedIn im Auge. Wenn du Informationen brauchst, du weißt, auf wen du dich verlassen kannst. Callgirl! Pass auf dich aus, Geschlechtsloser! Du hast gewonnen! Sieg! DNA! Und Rezept und 1,25. Geil. Ja, wir gucken, wir welche DNA. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Okay, ich spreche mit Quake an den Kaffee. Guck mal, wer da ist. Warte mal. Haben wir Spaß, Süßi? Komm, sind's raus? Nee, kann... Geh weg! Oh nein, abhauen gilt nicht! Doch, anscheinend schon. Ich möchte nur ein Artefakt angucken. In DNS war das, ne? Ja. Was? Plus 25? Mom. Sonst alles bleibt so, ne? Was haben wir? Wir haben gerade das. 23, 23, 23. Was geht denn noch bloß? Ah, doch, es bleibt so. Das ist besser, ne? Okay. Hm. So. So. Jetzt haben wir überall Minus, ne? Wenn wir was tauschen. Ne, da, Muskeln, plus 20, 000, 000. Das bringt einfach Mom. Ich bin eher für Muskeln. Also Stärke, ne? Wann mal. Jo. Ja. Hab ich nicht gesehen, dass Minus geht. Das steht aber 0%. Achso. Von der normalen Scherke, okay. Naja. Crafting. Auch nichts. Kostüm ist egal. So. Wo willst du hin? Da rein. Schrott. Das ist das Licht. Schrott. 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 Abgeschwert. Hä? Also, das war wahrscheinlich das. Hallo, ich möchte gern was abholen. Na, du kleiner Unruhestifter. Siehst fesch aus heute. Sollte ich nicht hier rein? Benutze die Gasse. Ah, so. Ja, dann. Weiß ich nicht. Haben wir Spaß, Süßi? Komm, sind's raus. So. Ich weiß nicht. Also, Hilfe. Hey, Madame. Wo willst du hin? Ja, da. Weg einfach. Warte mal, was passiert eigentlich? Ah, verwirrt. So. So. Oh nein. Ja, ja. Vier Stück. Oh nein. Was ich gesagt hab, ihr wärt die coolsten Typen im Reisens? Das war gelogen. Ich verlass mich auf dich. So. Ach, Mann. Ich dachte... Die kriegen wir nicht so schnell down, oder? Obwohl. So. Nein. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Hm. Kriegen wir nicht? Perfekt. Okay, doch. Also, das kann nicht schnell gehen. So. Meine Damen, das kann ich den ganzen Tag. Sehr schön. Hm. So. Ich glaub, die reingehen schnell down. So. Ja, das ist wahrscheinlich. Hm. Der kann ja auch. Laser. Ja. Oh, nee. Naja. So, bitteschön. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung zieht ja vor. Bezaubert. Nein, warum? Das ist ja nicht mehr... Sau das nicht, Blödsack. Hm. Ja. Ich glaub, ich muss sie ihn erst mal besiegen. Oder die... Was? Hey, ihr Süßen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Oder auch nicht. Das ist mir eigentlich egal. Da. Spreng dich mal an. Also, ihr könnt ja schreiben, ob man ein Ding... Du hast Krebsgeschwür. Ich bin der Kuhn. Ja, perfekt. So. Hier. Plus, plus. Ne? Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Genau. Das ist sie dran. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja. Wenn wir dazu kommen. So. Bis jetzt. Ja, Bittes ist kampfbereit. Was machst du da? Sag mal, wirst du zum Golf? Ja. Bereit machen für fieses Blinzeln? Ja, also. Kleiner Rückschlag. Schaffen wir. So. Er setzt die. Die hat auch nur noch sowieso. 28. 48. So. So, bitteschön. Wer tut einem Raisinscale sowas an? Ja. Wir. Hm. Hm. Nehme ich die. So. Die ist jetzt weg. Ultimativa. Jetzt ist die weg. Mach ich. Ja. Sie. Hey. Ja. Ja. Heute hättest du rechnen können. Bitte hau das nächste Mal einfach an. Heute ist mit leichten Briesen und verstärktem Lasereinschlag zu rechnen. So. Bitteschön. Den haben wir es gezeigt. Ja. Und wieder rettet der Kuhn den Tag. Mal wieder, ne? Also. War glaube ich seine erste wirkliche Beteiligung. Oh nein. Nimmst du eine Währung. 40 EP. Besieger 8 gemeistert. Noch mehr Erfahrungen. So. Das war's. Äh. Mosquito ist eine hässliches und wärsloses Stück. Okay. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis denn. No.